Seit der letzten Wahl zum Europäischen Parlament 2019 hat sich unser Leben verändert. Zunächst hatte uns die Corona-Pandemie fest im Griff, hat unseren Alltag bestimmt. Und seit über zwei Jahren schon wehrt sich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft die Ukraine gegen den brutalen Angriff Russlands. Dieser Krieg hat drastische Folgen für viele Menschen in Europa. Aber er hat uns Europäerinnen und Europäer auch näher zusammenrücken lassen. Einmal mehr wurde deutlich, wir können die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nur gemeinsam meistern. Dazu gehören der Klimawandel, Migration, die neue militärische Bedrohungslage in Europa und das Erstarken von antidemokratischen Kräften. Und nur gemeinsam, als vereintes Europa, stehen unsere Chancengut, diese Herausforderungen zu bewältigen. Deshalb ist es so wichtig, dieses Europa mitzugestalten. 400 Millionen Menschen sind Anfang Juni in 27 Ländern in der Europäischen Union an die Wahlurnen gerufen. In Deutschland finden die Wahlen am 9. Juni statt. Erstmals dürfen bei uns auch junge Menschen ab 16 wählen. Die Europäische Union ist ein Zukunftsprojekt und jeder, der zur Wahl geht, leistet einen Beitrag für unsere Demokratie. Eine niedrige Wahlbeteiligung hilft nur den Extremisten, jenen Kräften, die in vielen Ländern erstarken und die Europa zerstören wollen. Wahlen brauchen deshalb Wählerinnen und Wähler genauso dringend wie Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Aber Wahlen brauchen auch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die Demokratie funktioniert auch deshalb, weil sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich bei der Durchführung der Wahl engagieren. In Deutschland sind es 675.000 Menschen, die dafür sorgen, dass diese Europawahl ordnungsgemäß verläuft. Sie kontrollieren Ausweise, überprüfen Wahlscheine, geben Stimmzettel aus, zählen die Stimmen und stellen das Wahlergebnis fest. Kurz, sie stellen eine freie und geheime Wahl sicher. Sie macht den Kern unserer Demokratie aus. Ohne all diese Freiwilligen wären diese Wahlen nicht möglich. Ich möchte Ihnen allen heute aus ganzem Herzen danken für Ihren Einsatz, für unsere Demokratie und für Europa. Und an diejenigen, die noch überlegen, richte ich die herzliche Bitte, melden Sie sich. Bitte machen Sie mit.